Hallo, heute möchte ich euch gerne die grüne Krabbenspinne vorstellen. Bis auf Irland, Island und Griechenland ist sie fast in ganz Europa zu finden. Sie gehören zu den kleineren Krabbenspinnearten, so sind die Männchen 3 bis 4 mm und die Weidchen 5 bis 6 mm groß. Anhand eines Merkmals kann man die Geschlechter sehr gut unterscheiden. Die Weibchen haben komplett grüne Vorderbeine und die Männchen haben grüne Vorderbeine mit braunen Flecken. Also richtig, wie ihr seht handelt es sich hier um ein Männchen. Vorzüglich mag sie es trocken und sie leben mit Büschen und Baumkorn. Den Winter verbringt die grüne Krabbenspinne unter der Rinde abgestorbener Bäume und ist somit sehr gut geschützt gegen Fressfeinde und gegen die Temperaturen. Die grüne Krabbenspinne wird in Deutschland als ungefährlich eingeschubt. Ich hoffe es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Like, subscribe and share. Love Nature!